Herzlich Willkommen bei RICS Modellbau. Dies ist mein Kanaltrailer. Ich werde hier auf diesem Kanal zeigen, wie ich Modellbau betreibe. Überwiegend werden es wohl Schiffe sein aus Holz-Metall-Mischung, Schiffe aus Kunststoff und auch aus Papier. Natürlich werde ich nicht nur Schiffe bauen, es werden auch andere Sachen gebaut, vielleicht auch Lego. Ich habe Figuren aus Nano Legos zusammengebaut. Schaut einfach mal rein, wenn es euch gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen, dann verpasst ihr keine Ausgaben. Tschüss, macht's gut und viel Spaß!